So, einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, ist wieder was fertig geworden. Während die Möwen und die Vögel im Hintergrund singen. Nämlich für die alte Welt des Kriegsherrenbays. Für die Barbaren. Ich bin semi-zufrieden bei der Fahne, beim Banner, wurde ich zum Schluss ein bisschen anfallslos. Aber generell denke ich kann sich das ganze Ding sehen lassen. Ein extrem größeres Base-Glo mehr draufzustellen und mehr draufzukriegen. Ich guck mal eben wenn ich irgendetwas Helles hab, was ich in Hintergrund stellen kann. So. Ne? Fehlt jetzt für die Planmenge nur noch der Magier. Da bin ich recht weit mit. Gefällt mir aber noch nicht so ganz. Und dann hätte ich die sechs Punkte soweit fertig. Ermüdungsmarker baue ich gerade noch nebenher. Und was da noch kommt, sind bestimmt auf kurz oder lang zwei weitere Punkte. Aber jetzt gerade denke ich dann tun sie erst mal sechs. Und ich werde dann denke ich erst mit den Zwergen weitermachen. Da habe ich die Modelle nämlich hier. Ansonsten habe ich noch Ideen für weitere Fraktionen. Also Imperium kommt ja dann Nordland. Aber mir kam es jetzt noch dass es ja von anderen Herstellern auch tolle Figuren gibt. Womit man gut Kartei dann Tilea und auch die Grenzgradschaften darstellen könnte. Breton fände ich super spannend aber da habe ich noch keine passenden Modelle gefunden. Weil das ist für mich dann schon Ritter in Plattenrüstung und da ist jetzt vom GW auch sehr sehr schwer dran zu kommen. Da muss ich mir nochmal einen Alternativhersteller suchen. Wenn jemand einen kennt darf er mir die natürlich auch gerne mitteilen. Gucke ich mir gerne an. So das war es erst mal hier. Heute nur ein kleiner Überflug. Vielleicht streame ich noch. Wahrscheinlich eher nicht. Das Wetter daraus ist auch zum Grauseln. Ihr seht da hinten die Ermüdungsmarker. Die ersten. Ein bisschen Zweiter Weltkrieg. Antike. Da liegt der Magier. House Stark. Noch mehr Antike. Noch mehr Ermüdungsmarker. Vorbereitung. Ein letztes Mal lieber Bahn. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag. Und wie immer falls jemand Lust hat immer ein Live zu malen über Skype können Sie sich ja gerne bei mir melden. Macht's gut. Und... Und... ... ... ... ... Vielen Dank.